Herzlich willkommen zum Tutorial Word für Doktoranden des Zentrums für wissenschaftliche Qualifikationen der Bucerius Law School. Mein Name ist Bruno und ich habe bei Herrn Professor Fehling an der Bucerius Law School promoviert. Neben der Promotion habe ich mehrere Jahre den Workshop Word für Doktoranden geleitet. Die Erfahrungen aus diesem Workshop sind die Grundlage dieses Tutorials. Ziel dieses Tutorials ist es, euch das technische Wissen über den Umgang mit Word zu vermitteln, das zum Schreiben einer Doktorarbeit erforderlich ist. Dazu gehört auch eine Formatvorlage für das Erstellen einer Doktorarbeit, die über den Link in der Videobeschreibung herunterzuladen ist. Alle Beispiele aus diesem Tutorial verwenden diese Formatvorlage. Dieses Tutorial ist Teil des Angebots des Zentrums für wissenschaftliche Qualifikationen an der Bucerius Law School, kurz ZQ. Das ZQ wurde gegründet, um hochbegabte Juristinnen und Juristen für die Wissenschaft zu gewinnen und sie beim Promovieren und Habilitieren zu begleiten und zu unterstützen. Neben dem Workshop Word für Doktoranden bietet das ZQ eine breite Palette an Angeboten zu allen Phasen und Fragen wissenschaftlicher Arbeit an. Zunächst ein kleiner Überblick. Dieses Tutorial besteht aus insgesamt zwei Videos. In diesem ersten Video zeige ich euch die wesentlichen Grundlagen zum Umgang mit Word für Doktoranden und der Formatvorlage des ZQ der Bucerius Law School. Im zweiten Video beschäftige ich mich mit erweiterten Formatierungsoptionen, wie zum Beispiel Kopf- und Fußzeilen in unterschiedlichen Abschnitten und dem Anpassen der Formatvorlage an andere Stile. Beide Videos zeigen den Umgang mit Word für Windows. Alle Funktionen, die hier gezeigt werden, sind aber ebenso bei Word für Mac vorhanden. Lediglich die Menüführung ist dort etwas anders. Bevor ich gleich zum Umgang mit Word komme, ein paar kurze Worte zu den Vor- und Nachteilen von Word sowie zu möglichen Alternativen. Word ist nur ein Texteditor von vielen. Populär in anderen Wissenschaften sind Editoren aus der Familie des Textassystems Tech, wie beispielsweise LaTeX, geschrieben LaTeX. Diese Editoren bieten weit größere Flexibilität, bei der Textsetzung als Word. Ein Vorteil ist das insbesondere bei der Darstellung von Formeln. Allerdings benötigen diese Programme einige Eingewöhnungszeit. Für den Einsatz von Word spricht demgegenüber, dass nur die wenigsten juristischen Doktorarbeiten von den Vorteilen von Tech profitieren, weil komplexe Formeldarstellungen in der Rechtswissenschaft selten sind. Und schließlich verfügen viele Doktoranden bereits aus dem Studium über Erfahrungen mit Word. Weiterhin finden sich zu nahezu allen Problemen mit Word bereits Hilfsartikel online, die mit Google leicht zu finden sind. Darüber hinaus stellt die Bucerius Law School, wie viele andere Hochschulen auch, im Rahmen ihres Office 365 Pakets ihren Doktoranden eine aktuelle Version von Word zur Verfügung. Es gibt aber noch einen Nachteil bei der Nutzung von Word, auf den ich hier gerne verweisen möchte. Bei größeren Dateien beginnen Word-Dokumente langsam zu werden, was die Bearbeitung sehr mühsam machen kann. Wann genau dieser Effekt eintritt, kann ich nicht genau sagen. Manchmal bleibt er auch ganz aus. In jedem Falle aber lässt sich das Problem mit Hilfe der Formatvorlage umgehen. Dazu gleich mehr. Vorab sei aber gesagt, dass die Lösung darauf basiert, dass ihr vorher ordentlich gearbeitet habt. Das heißt, so wie in diesem Tutorial beschrieben. Nach dieser kurzen Einleitung jetzt zur Arbeit mit Word. Der erste Schritt bei der Arbeit mit Word besteht für mich darin, seine Arbeitsumgebung einzurichten. Unerlässlich ist es in diesem Sinne zunächst, die Formatierungszeichen einzuschalten. Diese Zeichen geben euch Informationen über die Formatierung eures Dokuments. Es gibt keine andere Möglichkeit, deutlich zu erkennen, wo sich Leerzeichen, Absätze, Tabstops und andere Formatierungen befinden. Ohne diese Zeichen lauft ihr Gefahr, Fehler beim Formatieren nicht zu erkennen. Das kann später zu viel lästiger Arbeit führen. Nicht notwendig, aber trotzdem sehr hilfreich ist der Navigationsbereich, der euch einen Überblick über die Gliederungsebenen eures Dokuments verschafft, wenn ihr diese Funktion von Word nutzt. Hier könnt ihr ganze Abschnitte auch auswählen. Oder ihr könnt Abschnitte auch verschieben. Für die Arbeit an der Formatvorlage ist schließlich der Formatinspektor hilfreich. Er zeigt euch die Stile an, die ihr in eurem Dokument verwendet und hilft euch, Stile im Text zu identifizieren. Wenn ihr gerade nicht an der Formatierung, sondern am Inhalt eurer Doktorarbeit arbeitet, dann benötigt ihr den Formatinspektor nicht. Ich habe an dieser Stelle dann stattdessen mal das Citavi-Plugin geöffnet. Nachdem ihr den Arbeitsplatz kennengelernt habt, nun zur Arbeit mit Formatvorlagen. Zunächst vorab eine kurze Begriffserklärung. Etwas verwirrend ist nämlich, dass es zwei Arten von Vorlagen gibt. Zum einen gibt es Word-Vorlagen. Dies sind Dateien, die auf .x enden. Diese Dateien enthalten Formatinformationen. Wenn man sie öffnet, erstellt man ein neues Dokument, das diese Informationen verwendet. Eine solche Vorlage erhaltet ihr beispielsweise zu diesem Workshop. Um diese Vorlagen zu bearbeiten, müsst ihr sie bei Windows über das Kontextmenü mit Rechtsklick öffnen oder über Datei öffnen. Änderungen bzw. eine neue Vorlage speichert ihr mit Hilfe der Funktion Speichern unter. Ich öffne jetzt die Formatvorlage, die zu diesem Tutorial gehört. Neben diesen Vorlagendokumenten gibt es auch noch Formatvorlagen. Dabei handelt es sich um bestimmte Formatierungsstile, die ihr in Word einem Stück eures Textes zuweisen könnt. Auf diese Stile greift ihr zurück, um beispielsweise unterschiedliche Überschriften zu formatieren. Ihr definiert also einmal abstrakt, wie eine bestimmte Überschrift aussehen soll. Wenn ihr Word nun mitteilt, dass ein Abschnitt Text als Überschrift zu behandeln ist, wendet Word diese Definition an. Diese Formatvorlagen sind besonders in großen Dokumenten sehr wichtig. Wenn ihr nur mithilfe dieser Vorlagen den Text formatiert, dann könnt ihr nämlich auch im Nachhinein noch die Formatierung des gesamten Dokuments mit wenigen Klicks ändern. Denn die Änderung an der Formatvorlage wirkt sich auf alle Textabschnitte aus, denen diese Formatvorlage zugeordnet ist. Wichtig ist es deswegen auch, dass ihr für Einrückungen und Abstände nach Absätzen niemals mehrere Leerzeichen, Absätze oder Zeilenumbrüche verwendet. Ich habe solche Versuche oft in alten Dokumenten gesehen, gern auch mit Leerzeichen oder Absätzen in unterschiedlichen Schriftgrößen. Solche Formatierungen sehen nicht nur furchtbar aus, sondern lassen sich auch nachträglich nur manuell und mit viel Aufwand ändern. Stattdessen definiert ihr Abstände zwischen Absätzen oder Überschriften auch über die Stile in den Formatvorlagen. Das Gleiche gilt auch für alle anderen Stile, die ihr Text zuweistet. Zum Beispiel Änderungen der Laufweite oder Großschreibungen für Hervorhebungen. Damit zum Rückgrat der meisten juristischen Arbeiten, eurer durchlaufenden Gliederungen, also der Struktur eurer gesamten DISS. Um eine Gliederung zu verwenden, definiert ihr diese zunächst als Formatvorlage. Dies ist notwendig, damit ihr einerseits Zugriff auf alle Formatierungsmöglichkeiten habt und andererseits die Gliederung auch nachträglich noch bearbeiten könnt. Die automatische Listenerkennung von Word genügt uns dafür nicht. Wichtig ist, dass ihr euch dabei den Namen merkt, den ihr eurer Liste gebt. Denn die Liste verknüpft zwar später eure Überschriften, wird aber selbst von Word nicht als verwendet gekennzeichnet. Die Liste ist daher später nur etwas umständlich wiederzufinden. Ich nenne meine Gliederung hier zum Beispiel Gliederung. Über das Menü Nummerierung habt ihr jetzt hier vollen Zugriff auf alle Formatierungsoptionen für Überschriften. Ihr kennt die Gliederungsebenen mit Formatvorlagen verknüpfen. Ihr könnt ändern, wie die Ebenen formatiert werden. Und ihr könnt die Position und Ausrichtung der Überschriften anpassen. Bei den Listen gibt es allerdings eine Einschränkung. Word lässt euch maximal neun Gliederungsebenen anlegen. Wenn ihr auf dieses Problem stoßt, würde ich euch aber ohnehin empfehlen, den Inhalt weniger verschachtelt zu organisieren. Nun geht es im nächsten Schritt darum, eure Überschriften zu formatieren. Dazu können wir auf die bestehenden Überschriften in Word zurückgreifen. Das Aussehen eurer Überschriften passt ihr an, indem ihr die bestehenden Überschriften in Word ändert. Damit die Überschriften jetzt automatisch in eurer Liste erscheinen, müsst ihr die beiden noch verknüpfen. Dazu öffnet ihr erneut eure Liste, deren Namen ihr euch eben gemerkt habt, und könnt nun die Verknüpfung vornehmen. Auf diese Weise könnt ihr übrigens auch jederzeit andere Änderungen an der Gliederung vornehmen. Nachdem ihr die Liste und die Überschrift verbunden habt, sind die wesentlichen Vorbereitungen für den Einsatz eurer Formatvorlage getroffen. Wenn ihr jetzt beispielsweise A-Punkt eingebt, erkennt Word eure Liste automatisch. Wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert, dann jedenfalls aber, wenn ihr eine zweite Ebene hinzugefügt habt. Mit Tab könnt ihr eine Gliederungsebene hineingehen und mit der Tastenkombination Shift-Tab wieder heraus. In der Formatvorlage, die diesen Workshop begleitet, sind diese Einstellungen bereits getroffen. Wenn ihr jedoch einmal nachvollzieht, wie die Formatvorlage gebaut ist, hilft euch das beim späteren Einsatz und wenn ihr auf Probleme stoßen solltet. Kommen wir zum nächsten Thema, das ich schon kurz angesprochen habe. Gerade zum Ende der DISS, wenn euer Dokument sehr groß ist, wird Word oft sehr langsam. Es gibt für dieses Problem zwei Lösungen. Entweder man verwendet sogenannte Filialdokumente oder man verknüpft seine eigene Formatvorlage mit mehreren einzelnen Dokumenten. Ich bevorzuge für mich die zweite Variante, weil ich dabei die Kontrolle über meine Dokumente behalte. Die Arbeit mit Filialdokumenten empfinde ich als unübersichtlich und sie hat den Ruf, fehleranfällig zu sein. Beide Lösungen lassen sich übrigens noch nachträglich umsetzen, wenn das Dokument beginnt langsam zu werden. Es ist aber wichtig, dass ihr von Anfang an systematisch wie in diesem Tutorial beschrieben gearbeitet habt. Zunächst möchte ich euch meine bevorzugte Lösung vorstellen. Die Arbeit mit einer einheitlichen Formatvorlage. Der Trick besteht hier darin, dass die Formatierung und der Inhalt in unterschiedliche Dokumente aufgeteilt werden. Dadurch können mehrere Dokumente mit Inhalt auf dieselbe Formatierung zurückgreifen und am Ende einfach zusammenkopiert werden. Zu diesem Zweck benötigt ihr im ersten Schritt eine zentrale Formatvorlage. Wir nehmen hier die Formatvorlage dieses Tutorials. Nun erstellt ihr eure Textdatei. Im nächsten Schritt verknüpft ihr die beiden Dokumente so, dass Word beim Öffnen der Textdatei immer die aktuellsten Infos aus der Formatvorlage abgreift und aktualisiert. Wenn ihr nun Änderungen an der Formatvorlage vornehmt und diese dann speichert, dann erscheinen diese beim nächsten Öffnen auch in eurer Textdatei. Auf diese Weise könnt ihr alle eure Textdokumente einheitlich formatieren. Ich habe auf diese Weise jedes Kapitel in einer einzelnen Datei geschrieben. Am Ende fügt ihr die Dateien dann zusammen. Das geht über das Menü Einfügen, Text, Objekt und dort Text aus Datei. Wenn ihr die Vorgaben aus diesem ersten Teil des Tutorials zu Formatvorgaben umgesetzt habt, könnt ihr diese Lösung auch nachträglich umsetzen. Dazu speichert ihr eure bestehende Textdatei einmal als Textdatei, dann einmal über Speichern unter als Formatvorlage. Dann verknüpft ihr die Dokumente und könnt, wie gerade beschrieben, zusätzliche Dateien für die nächsten Abschnitte erstellen und ebenfalls mit eurer Formatvorlage verknüpfen. Eine alternative Lösung für den Umgang mit langsamen Dokumenten ist die Arbeit mit Filialdokumenten. Dabei übertragt ihr letztlich Word das Anlegen mehrerer, kleinerer Dokumente. Word schaltet dann immer nur die Teile eures Dokuments aktiv, die ihr gerade bearbeitet. Um Filialdokumente einzurichten, geht ihr zunächst in die Gliederungsansicht. Hier könnt ihr dann Abschnitte in Filialdokumente auslagern. Nachteil dieser Lösung ist, wie bereits gesagt, dass ihr letztlich davon abhängig seid, dass Word die Filialdokumente fehlerfrei erstellt und verwaltet. Ich habe mich gegen diese Methode entschieden, weil man häufig davon liest, dass es dabei zu Problemen kommt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial bei der technischen Seite eurer Arbeit helfen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Vorhaben. Und zum Abschluss noch ein persönlicher Rat. Zähe Phasen sind ganz normaler Bestandteil jeder Arbeit. Bleibt also dran und sucht euch gegebenenfalls Hilfe bei Kollegen, Mitdoktoranden oder eurem Doktorvater. Denn letztlich ging und geht es uns allen so. Viel Erfolg bei der Dissertation.